Nein, auch nicht. Dann hebe ich das mal auf. Hier liegt ein Shotgun. Eine IWA. Nee, das Ding ist scheiße. Nee, das Ding nicht. Die nicht. Ich geh mal zum Beacon nochmal, oder? Wissen wir in den nächsten schon? Okay. Wissen wir in den nächsten schon, ja. Hier ist mein Backpack hier. Level 2. Hier ist ne Peacekeeper. Wenn du das doch mitnehmen willst, alles. Und dann wird jemand beschossen. Hier drin. Er hat auch ne Legendary Armour. Ein Genock da oben. So, müssen wir halt noch ein bisschen aufladen hier. Ja, manchmal. Wir teilen uns irgendwie ganz schön auf, gerade. Wissen, du hast dann ne Ulti um dich rum. Äh, müssen wir uns... Ja, müssen wir... Ja, ja, bin ich auch dafür. Ich gehe zum Beacon eben noch schnell. Ist hier oben ein Beacon? Ja, so, ja. Dann sind wir doch alle schön bei dir. Wir haben noch ne Minute, bis es kommt. Also von daher relativ safe. Ich hab hier noch einen normalen Stockblow. Ja. Ich denke, du hast da Ruh-Schild-Winzen noch. Check your Minimap. Soll ich das Ding noch holen, den Sub-Rider, Rob? Hm. Aktuell muss es von mir aus nicht. Da wir nicht wissen, ob wir hier gleich gebum-rushed werden können. Ich bin gleich da, ja. Zwei Sekunden bin ich da, jetzt. Oh, hätt ich fast hier Sibland verpasst. Sie sind tiefgestellt worden von irgendwem. Ja. Hier liegen noch Leichen unten. Die können ja direkt unter uns im Haus sein, ne? Wissen, das Problem? Oh, ich bin da. Ich bin da, oder? Die Leichen noch looten, oder was? Ne, ne. Gehört? Ah, 301 hab ich gehört, aber jetzt kein Interesse mehr. Da vorne wird geschossen. Hm, mitmischen? Ist aber auf das Dach da oben drauf? Ja, ja, go. Ich bin nicht auf eurscheprozy mit direkt. Es ist in dem Durchgang. Ja, eben in der Höhle. Im Durchgang. Da wo aber auch die nächste Zone sein wird. Da ist auch ne Sibland hingemacht worden von Passwander. So, wo? Wollen wir hinterher? Jo. Hier ist sogar gar niemand direkt, sondern ist ein ganzes Stück weit weg. Das ist alles übel weit weg. Da. Rauch, Rauch, Rauch. Habe genugt. Hier vorne ist Rauch. Ich muss hier mal ein Frag rein. Zwei Stück. Hat es geheadet da drin? Oh, der hat mir ordentlich gegeben. Oh, wo die haben gesessen? Die aimen ganz gut. Ja. Ich aim besser. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Hat kein Schild mehr. Ja, hat kein Schild mehr. Genockt. Was Schild hast du da? Chargen. Sie hat aufgehoben, oder? Zwei Leute noch? Kommen gerade rum. Oh, gefinished. Einer ist gefinished nur. Der war noch einer. Push ihn. Hat 100 Damage bekommen von mir. Hat aber ne Ulti-Armor. Ja. Ja. Finished. Hat der andere gefinished hier direkt. Nice Legi-Körpershield. Ihr müsst trotzdem gucken. Es war nur ein Squad, was von hinten kam. Ich habe auch schon das Gefühl gehabt, irgendwas kommt von hinten. Das musste einfach sein. Ja, ich habe auch in dem Moment geguckt und habe ich sie da gesehen. Warte mal, kommt her. Irgendwo noch nen Legi-Helm gehabt? Ne. Habe ich nix gefunden, dann hätte ich ihn selber genommen. Die Reiten aber immer noch da drüben. Da ist ein Portal. Total. Die hier vorne haben wir auch noch nicht gefinished. Du meinst die da, die links nah dran waren? Die können auch noch von links kommen, ne? Komplett außen rumlaufen. Laufen sie, laufen sie. Laufen sie nach rechts, laufen nach rechts. Die sind ins Portal gegangen. Hatten die noch Nades hier vorne? Ich habe keine Nades gefunden. Ich muss mich eben shielden. Ich schaue nochmal ganz kurz. Da ist nämlich einer gefinished wurde gerade. Oh, ich kriege hier ordentlich ins Gesicht. Ich habe keinen Phönixschiff. Äh, da kommt Gegner. Oh, ich habe gepusht. Von der Seite, von links. Rechts eingenockt. Da kommen auch Gegner. Ich versuche mal wegzukriechen, ne? Oh, schade. Rechts habe ich eingenockt, links habe ich eingenockt. Ne, die haben sie sich gut verteilt, tatsächlich. Die hatten rechts noch ein Portal stehen. Ne, das waren mehrere. Das waren 12. Ah, da ist auch das Game Over. Drei. Ja. Achts ne schöne Runde. Ja. Ja, sehr definitiv.